...verstützten sich allein auf die Aussagen des Täters und ordneten den Mord als spontan das begangenes Verbrechen an. Aufzeichnungen von Überwachungskameras am Tatort machten allerdings deutlich, dass der Mann der Frau aufgelauert und seine Tat geplant hatte. Das dilettantische Vorgehen der Polizei und die Ermittlungsfehler waren so gravierend, dass der Polizeichef nicht mehr auszuhalten war. Jedoch wird darauf hingewiesen, dass nach dem Rückschritt der krankwünsten Polizisten die eigentlichen Probleme nicht beseitigt seien. Zunächst müsse das Notrufsystem neu strukturiert werden. Die Notrufe müssen als erster Schritt zur Eindämmung von Kriminalität professioneller bearbeitet werden. Zudem müsse die Praxis beendet werden, dass schwerwiegende Fehler verheimlicht werden. Sie kennen bestimmt das neue Biet von SHINee. Es ist fröhlich und schön. Nach anderthalb Jahren der Pause ist es ein Genuss für die Fans, wieder die Stimmen der Mitglieder zu hören. Das Album ist aber nicht nur in Korea, sondern auch im Ausland sehr besorgt. Das Album ist sogar Platz 9 der USA World Album Just erreicht.